Ja, meine Mutter ist Japanerin und mein Vater ist Österreicher, deshalb finde ich deutsche Eltern sehr faszinierend, weil sie sind so nett zu ihren Kindern. Ich war letztens bei der Straße in Berlin und habe eine junge deutsche Mutter gesehen mit ihrer kleinen Tochter und die Tochter wäre fast über die Straße gelaufen und die Mutter hat mit dir geschimpft, Lena, musst aufpassen, Autos sind gefährlich, war ich jetzt sehr böse, willst du ein Eis haben? Bei mir wäre das nie so gewesen, ja, wenn ich als Kind über die Straße gelaufen wäre, hätte meine japanische Mutter mich angeschrien, ja? Erika! Wenn du noch einmal über die Straße reist, wirst du in zwei Teile gehackt. Einmal Kopf, einmal Erika. Überall Blut. Und ich muss alles putzen.